So, Kaffee getrunken, 20 Rufel. Irgendwie 30 Cent oder so. Auf den Dreh. So, hier geht's wieder weiter. Wir wollen einigen. Ein bisschen abkühlen lassen. Mal die Beine vertreten. Aber da geht nicht noch mal so gerne raus. Jetzt noch weiter drauf. In der Stadt hat alles nur Pisse unten. Und da... Da sind ja die Piss gehofft. Weil das eigentlich schon ist. Dann können wir verweiten. Dann können wir ins Gebüsch gehen. So, da hat Kugetal in der Kaffee. Dann kannst reingehen. Dann kannst du kurz essen. Irgendwas essen. Raststätte. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag von WDR Das heißt, das weiß ich nicht mehr. Ich muss mal einherweis schreiben, was das jetzt für meine Zustand hat. Das ist sehr nass und nass. Ich weiß nicht was. Genau. Ich dachte, das sieht nicht mehr aus. Oh. Richtung Toro Nax. Oh, das ist schön. Das kann ich jetzt nicht lesen. Der Knie. Hopp. Der Knie. Jetzt auch. Oh, die haben sich da schon eingerichtet. Da sieht man auch ohne uns aus. Wissen wir ja, die Gärten zu gewinnen, da waren damals auch los. Allerdings nicht lange. Und jetzt hat es sich schön eingerichtet hier. Das geht auch nicht los. Also, den kannst du auch günstiger einbinden. Soll ich dann. Und daher. Alles einfach so weg. Und so. Dann mal eine Überwachung. Nichts gerecht. 60 ist erlaubt. Jetzt ist aber doch mal ein Problem. Das ist der andere. Achso. Jetzt sind wir ja steppig und langsam. Jetzt sind wir ja steppig und langsam. Das ist doch nicht heiß. Genau. Das ist schön, dass ihr nicht zum Stopp kommt. Okay. Das ist jetzt nichts für mich. Ach. Das ist das 1. Bis zum Stopp. Das ist das 1. Das ist das 1. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020